ja servus und willkommen zur koppentherapie ich bin euer therapeuten mac murago und diese therapie ist kostenlos genau wir sind hier bei der jump ausgabe von games of drops und sind wieder zurück bei unseren zwängen hallo zwerge wie geht's denn so gut so viel dazu und wir sind dabei hier uns weiter nach vorne zu graben so das erste was hier schon mal auffällig ist das ist das gemüse wecknippelt dann auch einmal gemüse dahin und deko gemüse auch dahin weil das geht uns ein bisschen aus hier mit 377 so was liegt denn an ok hier geht es und mit unserer mine tiefer wobei das interessante ist dass wir ja oben noch ein paar ressourcen haben da werden wir den vergangenen sehr schnell einmal die ressourcen angehen dazu werden wir aber einfach so ein bisschen licht in die ganze gelegenheit bekommen wir müssen wir mal sehen aber die facke nirgendwo ansetzen so und tata ist so an der stelle werden wir ganz einfach mal was spontan das machen wir haben ja diese lustigen brücken elemente hier und zwar diese hier und wenn man diese mal hier stücke tiefer natürlich hier platzieren wir mal an der klang ja da können wenn ich auch gleich mal gucken dass wir da oben ein bisschen weiter kram und zwar mal hier nur leid daran so einmal leiter dort so einmal leiter da ziel ist ganz klar wir wollen die rohstoffe daraus buddeln und zwar die da ein machen wir hier eisen so und dann hier komisches unbekanntes zeug da gibt es tiefer die kummer aus der anderen schacht an der ist extrem immer weil guck mal so wartet hier wartet und das nicht mal wenig doch bevor so das eisen kümmern nehmen wir mal lieber hier und man das hier so lange raus und der wird besucht man besucht man das ding zeugs ja hin das wird er was für unsere lieben mit kampf zwerg werden oder haben wir auch noch was raus zu kram weiter geht auch hier in der hier ist auch noch was raus ich bin ja begeistert hier das geht ja hier voran also rohstoffe technisch haben wir ein bisschen was zu tun da sollten wir mal daran ditschen genauso wie hier weil wenn wir den schacht tiefer gehen und die lampen rutschen dann wird es natürlich unten finster so der freund kommt auch und dann werden wir hier mal gucken hier wollen wir ja auch noch ein bisschen ausbauen genau club das ganze erst mal ja kann man auch die betten und da wollte mal schauen es tisch da gibt es natürlich schon dafür sind sie bisher das materiale sie so bild das kommt noch so da geht es die laune runde sie nicht so schöne oder geht es ja auch in die richtung weiter nehmen wir das steiche da auch mit sowieso dazu wieder oben zu machen weil du siehst auch das holz holzmangel okay diese box hat ein bisschen holz gekostet ist jetzt nie so wild aber schauen wir mal dass wir das wieder reinkommen so ein forschpunkt haben wir noch mit der quali momentan nichts anfangen weil wir brauchen mindestens zwei jetzt das heißt wir sollten auch mal aktive wieder thema forscher angehen dass er da auch ein bisschen zu legen so holz technisch wollten wir auch mal gucken wenn die 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 ganze deko geschichte mal ein bisschen schöner kriegen neue schicken fußboden für den speitzsaal gucken haben wir alles super da kommen wir auch da einen schritt weiter wo sie bau bastelzwerge sind hier die bauzeuge ein paar zu da unten am werke alles klärchen so die haben zu tun er wird sagen können wir die ganze haben wir beschleunigen okay nahrungstechnisch sind leider auch immer noch ein bisschen aber jetzt steigt es langsam also nahrungstechnisch haben wir jetzt auch das sache ein bisschen im griff vielleicht auch mal hier so eine holzpflanze noch mal dahin packen ja es ist leider nicht ganz genau zu erkennen wie groß dieser wirkungsbereich von diesen schicken lustigen wachstums dubbel dings da hier wachstums steigen glauben ist so hier geht es auch weiter aber auch mal sehen wir das zeugs rauskratzen und was entdeckt ein paar gnome ist jetzt nie so tragisch aber dass sie unten das macht ja das gefällt mir aber die die hütte verkaufen ja das interieur so und das hier finde ich auch super natürlich auch mit ich denke mal da kommen wir schon an die klären sache da gibt sie viel zu klären die sache schnell erledigt durch sagen und so ab wo schnell erledigt wenn wir hier auch mal schneller versorgen dass wir ein bisschen überblick bekommen und können dann hier schon mal tiefer geben so wurde mal hier rein damit das rauskram damit die leiter und fällt gold das ist immer sehr hier ist noch steinchen und da wir kratzen alles raus was wir kriegen einen hohstoff den scheißblock da weg so damit ist ein leiter und wir können dann das ganze areal großräumiger heraus graben würde ich sagen gehen wir mal ganz schritt weiter nehmen wir das auch mit so wie da obwohl lassen wir sie sehen immer so symmetrisch aus werden aber trotzdem das herauskram genauso wie das hier und da man nur was verkaufen wollen wir verkaufen da ist verkaufen ich würde verkaufen weg damit hat nochmal 100 gold gebracht lassen die sich einmal fein durch die gegen kram und jetzt können wir wahrscheinlich langsam auch hier anfangen weil so die erste eben rausnehmen mal gucken was ihr ob da finden so ganz schlecht sehe ich gerade ganz dringend müssen wir kisten bauen weil wir wollen uns gold für die ganze ab und zwar immer noch die riesen kiste die würde ich ja gerne irgendwo platzieren ja wohin nur warum nicht da so haben wir eine riesen kiste unser bauzweck kommt schon der bar griller macht das unser baragilla unser baubasteltweck briggler da können wir gleich mal schauen dass man die kiste erhöhen das inventar erhöhen damit wir dann auch vielleicht die nächste heimfahrt upgrade hinbekommen was natürlich relativ schwer ist bei dem setting hier weil die ressourcen mäßig kakao ist und zwar nicht wenig kacke kaum was hier eh da wir sollten mal gucken ob man die fläche und pflanzen was besseres haben ja die irgendwas was mehr bringt genau wir werden erst mal ganz klar sehen aber hier einmal verkaufen und dafür die diesen jetzt hier hinsetzen weil die bringen mehr oder man zwei forschungspunkte hier wäre zum beispiel handwerker verbessern wäre nötig damit wir hier weichere betten alle werden bequemer wurde die militärnummer ist jetzt schwer zu sagen weil das arbeitsgeschwindigkeit auch mal nicht schlecht und das wäre hier nur treffsicherheit immer mal die baugeschichte hier treffsicherheit ist jetzt nicht so entscheidend weil wir noch nicht so viele davon haben so wenn man das zeug ja mal ein bisschen verkaufen ja weil ich möchte dann hier alles auf retten die sind umstellen weil die natürlich deutlich mehr attrakt bringen und das bringt uns nicht zu einigen coolen sachen weil wenn wir die rendition ja haben können wir auch ein bisschen den holz vorrat wieder produktion wieder anheben so hallo einmal pipette ja pipette so dass dann dahin so und dann können wir sehen doch mal hier vielleicht holz mal ob das ausreicht da haben wir jetzt ein bisschen mehr an der radischen die bräder doppelt so viel das heißt wir brauchen nur die hälfte und das gleiche erreichen klar weil man rechnen kann dies jedes mal überraschend so dann machen wir hier das wieder ein hübscher geht leider nicht muss hässlich bleiben wo sind unsere bau und bastelzwerge haben wir doch was gesehen damit man mal gucken dass man da hochkommen genau immer der leiter das reicht man sollte sich die ecke war auch ausreißen da geht es weiter da reißen wir alles raus als stein aber weiß ja nie vielleicht kommt ja verkauf und so auf der weg zu gold machen wäre auch super oder sie noch was feines aber auch noch was noch rausreißen dass der und das da wer uns ja fast entgangen so wo sind denn unsere bundelzwerge ok ganz doofe idee würde ich sagen standardleiter ja wo wir aufmachen wenn wir die freude und der einbund lässern sind die rucki zucki mausi toti so geht ihr habt noch nicht genug eigentlich klärchen ok die hätten wir ja auch noch die variante dafür hier betten bauen wollen machen wir die betten kolonien und genau da haben wir das nächste das dadurch dass wir ja jetzt gut anderes zeug gekauft haben sie sich so ein bisschen trainings ja ausgegangen ein paar von den guten gruppen hin da kann gleich los gemäßt und trainiert werden unsere truppen sie haben bloß vierer kann man manchmal aufstocken sollte man vielleicht auch mal ein bewegung nehmen aber auch mal die restlichen zwerge ran da werden wir gucken dass unser militär aufgestockt wird weil es uns könnte es haare werden und hier werden wir noch einen zweiten dazu holen jetzt weit ist schon ein dritter man will person anstellen der war finden wir sicherlich schon die sinnvolle verwendung grab durch mal ein bisschen durch die gegend dann kann nicht schaden ok dem blog könnt ihr warum rausnehmen ja sie ja kacke sonst aus eigentlich klappt wenn ich oben angesagte wenn man hier ach so wenn wir das hier mal rausnehmen und das herausnehmen aber ich da die es und fresse ecke so und er hat ja eine andere schicke idee gehen wir auch mal gleich an hier immer das ding und klonen das mal so aber da so ein bisschen schutzweih und ähnliches dachte ich mir da auch hier ein bisschen nische damit sich ganz so offensichtlich ist so geht man gleich hier weiter wenn man ein bisschen die wände gestalten ja die ist ja auch sieht ja auch schäbig aus einmal die runde rum da kriegen wenn wir den esser mal ein bisschen hübsch da sieht das auch schon mal ansprechender aus hier so und da sollte man wahrscheinlich auch den fußboden bisher hinziehen ok da ist das holz ausgegangen so gucken kampfzwerge da buddelswerge ok der krebs sicher weiter nach deinem zeug ja tiefer ist ja ok aber noch nicht jetzt heilig klärchen so liegt ja unten aus oder und ist niemand hat keiner bock drauf und schon wieder gold gesehen noch gucken dass unsere buddelswerge ja mal zu botte kommen ein jungzwerg müsste man auf der art sieht noch nicht so gut auch nach jungzwerg nahrungsmittel steigen da war der nahrungsmittelkaufmann also die richtige entscheidung jetzt sieht das ja ganz schick aus hier das 1 was auch kack aussieht ist die sind die wände wenn die heute hier genau das da und einmal wende ich weiß da ist diese lustige kristall aber das lassen wir einfach mal weg weil die kurs alles so damals schlaf gemein soweit fertig auch nicht schlecht und der passend ist die zeit auch schon wieder zur runde für heute für unsere ausgabe games of drop haben wieder ein bisschen dekoriert und der radieschen gepflanzt glaubt das war die radieschen folge und wenn ich mal drunter buddeln dann können wir uns ja auch von unten anschauen genau das werden wir hoffentlich eher mit uns dagegen machen sollen sie die sich die radieschen und anschauen und wir werden uns dann hier nach dem labor lang so langsam umziehen die erste eben haben ja schon angefangen da geht es dann auch weiter so mit was jetzt weiter kommt das könnt ihr schon fast denkt das ist nämlich die endcard auf dieser schicken endcard findet ihr wie immer eine empfehlung von mir und zwar diesmal entlebt fantasy hackers spiel entlebt da haben wir die kampagne des lichtes durchgespielt und waren ziemlich erfolgreich hat tierisch viel spaß gemacht auch wenn die städte ein bisschen leer war aber die story hotel war eine ganz interessante ich fand es witzig so kann ich ja noch die kampagne der dunkelheit offen ihr könnt ihr gerne mal euch anschauen entkleben und unterschreiben ob ich die kampagne der dunkelheit dann auch noch zu ende spiel soll während nämlich super weiter machen wir das auch weil die posiert ja leider momentan einfach mal aus zeitgründen und weil ich bock hatte auch was anderes so wer auch bock auf was anderes hat der sollte sich die youtube button angucken weil damit kommt zurück zu zum kanal und damit kann er sich neue playlists angucken wir haben die noch ein bisschen mehr als nur hier die zwerge sondern auch bioshock und mehr social media kram bei brauche ich viel sagen da gibt es mal ein paar infos mehr denn sonst auch lohnt sich als auch da vorbeischauen und sonst mache mich jetzt an eure kommentare zu lesen ich freue mich über alle kommentare und beantworte wirklich jeden so gut wie ich kann und daumen nach oben daumen nach oben ist hier der kleinste kommentar den ergeben könnt der freut mich auch denn ich bin mac purago und sag servus und ade auf